Welcome back Diablo 4 Fans und heute gibt es einen neuen Guide zu Diablo 4 und zwar soll es heute um den Paragon Baum gehen. Ich erkläre euch alles was ihr darüber wissen müsst, klickt also gerne mal ein Däumchen hoch oder lasst ein Abo da. Paragon Baum bekommen wir ab Stufe 50 quasi und wenn ihr schneller hochleveln wollt, kann ich euch auf jeden Fall unseren Discord empfehlen. Klickt dazu einfach mal in die Beschreibung, dort findet ihr den Link, folgt diesem und schon seid ihr da und könnt mit vielen, vielen Mitspielern die Welt von Diablo 4 bestreiten und so natürlich wesentlich schneller Experience Points bekommen und gut upleveln Freunde. Klickt euch da gerne mal durch und schon geht es los mit dem Paragon Baum. Ja, der Paragon Baum, das ist so eine Sache, wir bekommen den ab Stufe 50 und können uns dann quasi hervorpushen mit diesem Paragon Baum. Wir können irgendwann zusätzliche Tafeln hinzufügen, die wir auch entsprechend drehen können, um hier für gewisse Eigenschaften freizuschalten. Das Ganze erkläre ich euch jetzt gleich ganz in Ruhe. Ab Stufe 50 bekommen wir den, insgesamt 200 Paragon Punkte können wir erhalten und unser Ziel ist es quasi auf jeder Tafel die wichtigsten Eigenschaften für uns zu wählen. Wenn wir am Ende einer solchen Tafel angekommen sind, können wir entsprechend eine neue Tafel hinzufügen. Und dabei ist es sehr wichtig, dass wir uns erstmal anschauen, welche Tafel wir denn als nächstes bespielen wollen. Hier gibt es nämlich verschiedene legendäre Knoten und da kommt es natürlich immer ganz drauf an, welchen Guide oder welchem Bild ihr quasi gerade spielt. Spielt ihr hier zum Beispiel ein Knochenbild, der Knochenschaden macht, solltet ihr natürlich dann entsprechend auch einen legendären Knoten nehmen, der entsprechend viel auf Knochenschaden macht. Außerdem gibt es natürlich auch Tafeln, die quasi für Beschwerungsnecromancer da sind und diese Tafeln sind natürlich immer unterschiedlich. Ihr könnt die Tafeln auch drehen, das heißt ihr solltet euch vorerst einmal anschauen, wo ist überhaupt der legendäre Knoten, wo ich hin möchte und welche Knoten sind für mich wichtig, um den nächsten Schritt in meinem Bild zu machen, um quasi noch stärker zu werden. Also bevor wir die nächste Tafel ansetzen, klicken wir uns erstmal hier durch und schauen uns an, wie weit wir quasi kommen können. Um die Tafel anzusetzen, müsst ihr einfach am Ende dieser Tafel, quasi am Ende der ersten Tafel an dem Endpunkt einmal draufklicken und seht dann dort die Vorschau für die Tafeln. Wir schauen uns jetzt also hier auf der neuen Tafel auch erstmal um. Hier haben wir zum Beispiel den legendären Knoten, den wir immer haben wollen und hier sind auch noch seltene Knoten in der Nähe. Und jetzt versuchen wir diesen legendären Knoten natürlich schnellstmöglich zu erreichen. Also heißt, wir können unsere Tafel nochmal ein bisschen drehen, damit wir halt da einfach schneller hinkommen und eben einen schnellen Weg dorthin haben. Aber schaut euch auch um, was liegt hier noch in der Nähe, was können wir gut noch gebrauchen und welche Dinge bringen uns also vorwärts. Wir drehen hier einmal die Tafel um und können diese Tafel dann hier an unsere erste Tafel wiederum ansetzen und dann dort den Weg weiter beschreiten. Wie gesagt, ganz wichtig ist, dass ihr die Punkte hier auch nochmal austauschen könnt, wenn ihr euch also verklickt habt oder irgendwie Punkte umskillen möchtet. Dann geht das ähnlich wie im Fertigkeitenbaum. Ihr könnt nämlich einfach hingehen und diese Knoten dann wieder zurücksetzen. Vor allem wichtig sind aber auch die Glyphen. Die Glyphen schaffen es nämlich quasi noch einen Bonus für euch rauszuholen. Und da ist natürlich wichtig zu schauen, dass man einerseits den Bonus bekommt und andererseits guckt, welche Glyphen man dort einsetzen kann. Die Glyphen könnt ihr auch immer wieder tauschen gegen andere Glyphen. Es ist also nicht so wichtig, wenn ihr jetzt erstmal einen schlechteren habt und bekommt später einen besseren, könnt ihr das entsprechend dann austauschen. Ja und wenn wir solch einen Glyphen haben, wollen wir uns natürlich auch den Bonus des Glyphen holen. Also sollten wir schauen, welchen Radius dieser Glyphen hat und welche Punkte wir brauchen, um den Bonus zu bekommen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Stärke weggemacht, weil ich noch ein bisschen Geschicklichkeit brauche. Das sieht man hier. 20 Geschicklichkeit habe ich aktuell im Radius und ich brauche eigentlich 25, um den Bonus zu bekommen. Also packe ich natürlich auf jeden Fall was weg, um diesen Bonus noch zu erhalten. Diese 7 Geschicklichkeit würden mir gut weiterhelfen. Also gucken wir natürlich mal hier als Beispiel, dass wir diese 7 Geschicklichkeit noch bekommen. Dazu können wir jetzt natürlich wieder weiter runter gehen und uns entsprechende Glyphen wieder entfernen, die wir vielleicht nicht so stark benötigen, wie jetzt diesen Geschicklichkeitsglyph. Das kommt immer natürlich darauf an. Intelligenz ist eigentlich für den Totenbeschwörer ziemlich gut, aber hier ballere ich es jetzt mal auf Geschicklichkeit, um einfach hier diesen Bonus noch zu erhalten. Ganz wichtig, denn dort machen wir entsprechend mehr Schaden, entweder mit Dienern oder wenn wir eben allein stehen sind. Und diese Glyphen, da solltet ihr immer versuchen, den Bonus zu aktivieren und vor allem euch schnellstmöglich zur nächsten Tafel freizuschalten. Hier gucken wir uns dann erstmal an, welchen Weg wir überhaupt gehen würden, um den nächsten Bereich zu erhalten. Ich würde nie links und rechts gleichzeitig gehen, denn da verschwendet ihr dann einfach zu viele Punkte. Ihr habt nämlich insgesamt nur 200 Stück und diese solltet ihr immer dafür verwenden, zu eurer legendären Eigenschaft zu kommen und eure Charakter eben enorm so mit zu pushen. Hier in dem Fall würde ich jetzt tatsächlich den linken Weg wählen, weil der linke Knoten einfach besser ist, der dort im Eck ist. Dieser legendäre Knoten, den holen wir uns natürlich noch mit, deswegen schaut euch vorher am besten an, welchen Weg ihr geht, um diesen seltenen Glyphen da zu bekommen und wo ihr dann später einfach auch noch hin wollt. Für mich macht es dann Sinn, wenn wir uns dann schon einmal anschauen, welche Tafel wir als nächstes bespielen wollen. Dazu ist es auf jeden Fall auch wichtig zu wissen, dass wenn ihr einmal eine Tafel genommen habt, zum Beispiel hier diese Tafel mit Knochenschaden und die Tafel könnt ihr dann zwar nochmal nehmen, die wird dann aber schlechter. Also die könnt ihr, wenn ihr die Tafel zum ersten Mal bespielt, hat sie ihre Grundwerte, beim zweiten Mal wird sie etwas schlechter. Ja Freunde, und das sind eigentlich auch schon die wichtigsten Eigenschaften, die ihr über die Paragon-Tafel wissen müsst. Ihr könnt also die Tafeln immer wieder neu verwenden, die Tafeln ändern dann aber ihre Eigenschaft, werden ein bisschen schlechter. Wichtig ist vor allem die legendäre Knoten zu erreichen und zu schauen, wo will ich eigentlich hin mit meinem Charakter. Diese Knoten könnt ihr auch immer wieder zurücksetzen und könnt auch die Glyphen jederzeit austauschen. Also alles relativ flexibel in diesen Paragon-Baum. Und das ist eigentlich der Paragon-Baum nochmal wichtig in allen Punkten zusammengefasst. Wenn ihr das Ende eines Paragon-Baums erreicht habt, also den letzten Punkt, klickt nochmal auf diesen Punkt, um dann die nächste Tafel auszuwählen und dort quasi eine neue Tafel anzusetzen. Dreht euch vorher die Tafel so, wie ihr es am besten braucht für euren Charakter und somit ist das Thema eigentlich ganz gut abgedeckt. Falls ihr wirklich noch Fragen dazu habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Wie gesagt, welche Skills oder welche Knoten ihr dort verwendet, kommt ganz auf euren Skilltree an. Ganz darauf, welchem Bild ihr gerade spielt oder gerade fahrt. Ihr könnt wie gesagt die ganzen Knoten auch nochmal zurücksetzen, falls ihr irgendwie eurem Bild ändern möchtet. Ja Freunde, da wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß. Wie gesagt, schaut bei uns auf dem Discord vorbei, um mehr Mitspieler für eurem Bild zu finden, um euch entsprechend dann schneller abzugraden. Ist eine coole Community mit coolen Leuten, sind alles deutschsprachig, da könnt ihr euch wirklich gut austauschen, gegenseitig helfen und auch ein paar Runs zusammen machen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben gebt und ein Abo da lasst und dann hören wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Macht's gut, adios und ciao ciao.